Hey Mützer Frag ich mich soweit Ach, Infinity ist da drauf Schau mal, hä, ich hab doch gar keine Pfeile, wenn man da guckt Oh, Infinity Ja, was ist jetzt Light Level 2? Ah, die meinen Pogen aus dem, der wieder reingetan In die Kiste, ich weiß das gar nicht Ich mach das mal so Aber ich glaube, das ist alles schon despawned Despawned Ja Ne Immer noch da Ne Immer noch was da So Geht's ja Geht's ja Alle abgehauen Oh Okay Spoo's Wurde Er ist mir hier oben drauf aus Wurde 2,3 1,2,3 So Zack Zack Brauch ich eigentlich gar nicht Einmal zu viel Müll Er wird hart Er wird hart Da Nicht Vollwoll tolle Klar Einer 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 die anlage sagt okay die dinger sind voll alles klar jetzt hat er schon durchgejagt was 1300 holz weg ein zwei viele keine mangel also immer wieder ein bisschen mit sport herstellen es ist extrem dunkel wir spawnen zu viel scheiße dann züchte ich die aber so kurz hoch habe ich noch welche davon hier drinnen Lichtlevel muss echt dunkel sein eigentlich ja ich weiß es auch nicht irgendwie so komisch gemischt erst mal fackeln lieber ausstellen dass sie nicht spawnen können hier das wichtigste das geht nicht gelse reicht glaube ich nicht aber auf der seite nicht weil es zu hell ist zu dunkel zu hell außer hier zu dunkel zu hell zu gar nicht das ist so kacke ja weil du nicht weil du nicht das perfekte level kriegst so schwer zu kriegen also bei mir wachsen sie 0 prozent so okay das wächst das wächst 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 natürlich nicht weil es immer noch zu nah dran ist fick dich nicht fick dich immer sagen ist doch nicht gut das wächst ok da wo mich schläben bon säich wächst du im Nein, wächst nicht, ne nöt. Ne. So kacke. Okay, die wachsen, die wachsen. Einen muss ich noch. Ich glaube, wenn die Cops draufstehen, dann kann das nicht spawnen, kann das sein? Doch, solange das Lichtöl noch da ist. Ja. Kann auch so noch was drin spawnen. Hm? Kann auch so was drin spawnen. Okay. Okay. So. Sollen die hier wachsen? Die sollen mal gucken, ob sie wachsen hier langsam. Irgendwie. Weiß es noch nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Das Ganze. Bist auch komisch. Bist selber komisch. Komisch. Kupischer Kerl, du. Draußen. So. Gehen wir mal gucken. Des 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 Ob es da wohl einen ganz guten bei gibt mittlerweile Hat einen Knall Der Flash hat gleich einen Knall weil er jetzt 10x10 Eisending hat sich immer Gummiboot 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 Gummiko Gut. Können wir noch mal machen. Du hast einen Kanal. Und das Gummiboot, ja das hast du. Packen wir erstmal vorsichtshalber da auch ein. Aber das, aber das. Aber das sind die besten vier. Was ist denn jetzt Zombie? Das sind schöne AA-Pflanzen hier. Ne, aber weiter geht's. Nö, kein bock. Wollen auf den Zombie. Aber jetzt auf einmal, ne? Ja. Sicher? Doch. Hey, jetzt mornt das Scheiße drin. Toll. Mit dem Lichtlevel ist auch einfach kacke gemacht. Scheiß. Wow. Küper kam da raus. Am besten brauchst du das ganze Gebäude mit Obsidian. Ein zweiter. Ach, die wachsen die noch mal an. Äh, keine Ahnung was das Lichtlevel bedeuten soll, ne? Aber es geht mir ja voll auf den Zwern. Ich hab schon das richtige Lichtlevel. Aber... Da spawnt nur Küper drin irgendwie. Wie? Keine Ahnung, warum da nur Küper was spawnen. Ah, my bad. Hä? Bei mir spawnen ganze Zeit Fledermäuse drin, weil nichts anderes spawnen kann da drinne. Okay. Ah, ich hab's klein gehalten. Ich hab's auch relativ klein gehalten. So ist das nicht. Guck, ob irgendwer hier gewachsen ist mittlerweile. Na toll. Ja. Stierp. Stierp. Okay. Ich fischere den weg. Das ist doch kacke, Glee. Kacke ist braun und stinkt. So wie du. So wie du. Das ist auch wieder zu dunkel. Okay. Äh. Hat das jetzt echt nicht genommen. Bei mir fliegt das ne Fledermaus rum. Guck mal, das schafft er. Ach ne, ich hatte ja keinen Platz. Stimmt. Kommt ihm das Lichtlevel reicht das. Vielleicht macht das Spawn und ich bin Tor. Vermutung hab ich echt. Könnte passieren. Also die wachsen auf jeden Fall. Die sind einzeln. Im Kaum gehst du weg, spawnen da was drinne. Mhm. Mh. Jedes mal wenn's an die Melde kommt denke ich, du bist explodiert. Warum? Ich? Hä? Weil's lustig ist. Warte, Code Corp. Warum Code Corp? Ich hab gar nix dafür. Ey, ist die Kiste schon wieder voll? Das kann ja wahr sein, ey. Kann ich sagen. Naja. Naja. Naja, vermut. Strom hat er doch. Ja. Ja. Ah put. Es ist wieder zu, ey. Valeu. KA